Powerpoint Karaoke, das kennen die meisten auf jeden Fall im Startup Umfeld, aber Reverse Startup Pitching, das ist dann doch den wenigsten im Begriff oder vielleicht auch gar keinem. Wir haben drei Startups dabei, die ihre Pitch-Decks zu iPointing geschickt haben, die haben das überarbeitet, aber sie werden von jemand anderem gepitcht. Wow, wie viele Leute, die da sind, viele Frauen, finde ich ganz toll, bin selber eine. Ich bin der Ben, ihr habt mich heute Abend vielleicht schon als eine oder andere Mal gesehen. Ich bin, entgegen aller Erwartungen, Orissa. Also ich würde das auch allen weiterempfehlen und allein schon für den Spaß, den man hier hat, ist klasse. Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen, weil ich bin ein Freund von spontanen Aktionen. Wenn man dann echt davor steht, diesen Buchstaben, kleiner Text, das ist was anderes. Aber das war sehr gut, echt. Es macht riesen Spaß, viele spannende Leute, viele interessante Gespräche, viele neue Leute, die man kennenlernt. Und wir planen schon die nächsten Veranstaltungen darüber hinaus. Und wir planen schon die Veranstaltungen darüber hinaus.